Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Runde StarCraft 2.1.2.1 auf den Ambeginn der Ehe gegen den Naironi, das ist ein Zerg, wir machen bitte mal ein ZVZ, das heißt da brauche ich wieder Bailinge, yeah, Bailinge, I like Bailinge, ja mal schauen wie das wird, müsste vielleicht mal klappen heute. Aber erst müssen wir noch Disladen botten, so, hier rüber, good luck, fun, können wir mal wünschen, und dann geht's schon los, you too, dankeschön, so, Overlord kommt, die Map ist nicht zu klein, das heißt, diese Drohne kann man scouten, der Overlord liegt dahin, ja ich weiß, es kommen Overlords, So, als nächstes, wir nehmen erst die Hedge oder nehmen wir erst den Pool, wir nehmen erst den Pool, das ist doch nur ein bisschen sicherer, so, dann geht's dem Pool noch dazu, Und als nächstes dann die Hedge bei 17 Hier rein, dort rein, dort rein, danke So, was macht hier er, er äxt nicht Pool steht schon, das sieht aus wie Linge, das wird wohl nur All In werden Ja, das wird nur All In Das heißt, wir müssen schnell Spinecrawler bauen Und können jetzt selber länger bauen Wir brauchen mehr Mineralien Werden aber nicht die Echse halten können, denke ich mal Der Schwammcluster wird angegriffen Wir brauchen mehr Overlords Supply Block, das passt jetzt richtig gut Speed am drücken Bailing Nest bauen Und gucken, ob er äxt Er will gerade Echsen, okay, es kommen Bailinge Also ein totaler All In Ein totaler All In Na ja, klar Wenn ich gegen Zerg spielen muss, kommt nur Cheese Was ist das? Was ist das? aber haben wir noch gehalten bekommen problem ist nur wir haben keine exe wir müssen jetzt auf jeden fall nach drüben ich habe nicht genug länge so injects nicht vergessen kann ich nicht weil mein queen ist tot total all in bei denen hier ja totale all in einfach nur ein all in mehr ist das nicht und ich bin leicht hinten und ich habe nicht gelaufen erlaubt man sich ja ich würde sagen das ist ein gg das kann ich halten vor allem hat jetzt hier schon drohen dran das spiel ist gelaufen wenn ich jetzt nichts weg bekomme dann ist es vorbei ja gg da kann ich rausgehen das ist vorbei das war halt echt einfach mal ein früher all in ja apparate für ressourcen werte armee der hat gleich drum gebaut ich würde sagen wir sehen uns in der nächsten folge bis dahin bleibt uns treu und tschüss auf Untertitelung des ZDF, 2020